william schießlos großartig noch einer der glaubt bei uns gäbe es was umsonst du hast glück dass du kein berserker bist die haben mir schon mehr als genug ärger gemacht genau wie die verdammten kleriker ja probleme mit klerikern berserker kleriker die einen kommen von vorne und die anderen von hinten alle wollen sie uns an die wäsche die ein brauchen männer und die anderen wollen unser land die berserker wollen euer land die berserker und ihre verdammten terraforming pilze oder was das sein soll wollen hier überall ein dschungel draus machen aber wir mögen es hier die können mit uns schließlich nicht machen was sie wollen wer glauben die denn wer ich bin ich bin william ich gehöre zur familie des dukes mir gehört der verdammte laden hier wer nicht tut was ich sage landet schneller in der schlucht als ihm lieb ist denkt daran wenn du hier bist okay wer ist der duk du rennst hier im vor herum und weißt nicht wer der duk ist der duk ist mein cousin logan er ist der boss hier er hat diesen ort von der tyrannei baxter befreit wenn du scheiße baust weiß der duk es noch bevor du es selber weißt und du findest dich schneller am ende seiner waffe wieder als dir lieb ist hast du nicht gesagt du wärst der boss hier der duk ist mein cousin also bin ich der duk also wenn der duk etwas will dann nein andersherum wenn ich etwas will und den duk es sage die frage dann bekomme ich was ich will also was ich sagen will dass der duk ich bin nicht warte alles klar bist du sicher dass du hier alles im griff hast wenn hier jemand scheiße baut dann regel ich das schon du solltest dich also lieber gut mit mir stellen apropos gut stellen du könntest direkt mal damit anfangen ich habe ein problem bei dem ich einen außenseiter gut gebrauchen könnte oder ist in deinem problem wofür brauchst du meine hilfe ich brauche jemanden der unbekannt ist jemand den die hauptmänner hier im lager nicht auf dem radar haben einige der hauptmänner sind unzufrieden und ich brauche jemanden der sich darum kümmert wegen der hauptmänner wer sind sie es geht um big jam den momentanen meister der arena chloe sie führt das vergnügungsviertel hier im vor und um matt bob er nennt sich selbst der müll baron bei ihm solltest du aufpassen er hasst es matt bob genannt zu werden sprich ihn also besser nicht auf diesen namen an ach ja und blick nicht zu vergessen er ist auch einer unserer hauptmänner aber er ist loyal mit ihm haben wir keine probleme was hat chloe getan chloe zahlt ihre abgaben schon seit mehreren monaten nicht mehr ich brauche jemanden von außen er sich darum kümmert die leute haben angst dass chloe sie nicht mehr in ihren laden lässt wenn sie ihr krumm kommen aber du bist keiner von uns bei dir sollte das kein problem sein ich will dass du zu ihr gehst und herausfindest warum sie nicht mehr zahlt wenn du das nicht hinkriegst dann sorge wenigstens dafür dass sie ihre ausstehenden schulden bezahlt was ist mit blick sag mal hörst du mir überhaupt zu leg ist der einzige hauptmann des duks der hier keine probleme macht der kümmert sich oben um seine eigenen angelegenheiten tut was man ihm sagt das was ich mir hier von allen wünschen würde was ist mit big james ventil ist völlig kaputt er hält sich für den allergrößten nur weil er es schafft jeden in der arena zu besiegen mir sind gerüchte zu ohren gekommen dass er behauptet eines tages auch den du zu besiegen anscheinend will er sich das vor unter den nagel reißen aber ich sag dir was er ist gar nicht so stark wie er tut ich könnte wetten dass die meisten sich freiwillig von ihm besiegen lassen weil sie angst vor ihm haben ich will dass du gegen ihn antrittst ich will dass du für den du kämpfst und big jim in seine schranken weist damit er merkt wo er hingehört wo ist das problem mit matt bob matt bob ja der ist ein fall für sich also die fakten sind die er liefert nicht mehr er ist oberaufseher für unsere schrottlieferung aber es kommt kein schrott mehr an und ich weiß nicht warum dann frag ihn du musst verstehen so einfach ist das nicht ob ist ein lieber kerl aber er kann naja du wirst ihn kennenlernen ich befürchte dass er nicht mehr liefert weil niemand mehr für ihn arbeiten will wenn du es schaffst dass mit bob wieder liefert verspreche ich dir eine fette belohnung ich kümmere mich um deine hauptmänner das wollte ich hören wenn du dich um alle hauptmänner gekümmert hast würde ich es in erwägung ziehen dich bei uns aufzunehmen und eine dicke belohnung für dich gibt es natürlich auch der du vergisst niemanden der ihm loyal gegenüber steht kommen wieder zu mir wenn du gute nachrichten hast okay hier scheint also auch nicht alles so gut zu sein gut zu laufen ich mag neugieriges pack nicht ach jetzt hast du es mitbekommen alles klar was steht in dem brief zu über baxter brief über baxter okay kann jetzt nicht zu viel mit anfangen klatsche willst du wissen was ich im müll gefunden habe nein du findest doch nie etwas brauchbares jetzt sie es dir doch mal an auf dem ding steht was drauf ich erkenne ein q ein u und ein y das ist kein code das ist ein namensschild was das denn das ding hat man früher getragen damit jeder weiß wie man gerade voll labert sagt los ja wahnsinnig spannend und jetzt wird es weg sonst schlafen wir noch die socken ein na gut wie soll das alles nur enden das nicht persönlich davor bekommt man ja angst bist du irgendwer nein das sieht aus wie eine arena oder so ist es eine arena kann schon sein ne gewächshaus ist bemerkenswert eine aus stahl und aluminium bestehende metallkonstruktion meiner bescheidenen meinung nach muss einst versucht worden sein ein von der außenwelt unabhängiges und sich selbst erhaltenes ökosystem zu schaffen das sieht ganz so aus wo sind wir denn jetzt hier überhaupt ich habe keinen schimmer kater halt nicht so schnell was willst du hier im vor spike am anderen vor macht probleme versucht er dir etwa splitter abzuknapfen ja er war ein handlanger von baxter und wird vom duke nur geduldet niemand hier will sich mit ihm anlegen nicht einmal william unternimmt etwas gegen ihn bezahlen ihn oder geben aus dem weg deine entscheidung meine aufgabe ist es alle leute aufzuhalten die nach ärger aussehen aber du siehst nicht schlimmer aus als die meisten anderen hier außerdem habe ich keine lust auf stress und würde am liebsten einfach nur in der sonne braten von daher kannst du dich hier frei bewegen wenn es nach mir geht was klar was machst du hier wenn du sowieso jeden durch lässt ja das frage ich mich auch der converter steht auf der anderen seite des lagers hier kommt sowieso nie jemand durch meine arbeit könnte auch ein roboter erledigen also wenn du zufällig auf deinem weg einem roboter begegnet der gerne tore bewacht schicke zu mir bezahlen mich und ich besorgt ihr einen roboter ist das dein ernst nein ich kann mich doch nicht von einem roboter ersetzen lassen oder wieso nicht lass mich überlegen die idee ist gar nicht mal so schlecht die kleriker machen sowas doch dauernd wieso wir nicht den ganzen tag herumliegen und einen roboter seine arbeit machen lassen klingt eigentlich sehr gut irgendeine idee wie wir das anstellen wollen ich meine natürlich nur wenn du mir helfen willst nein hast du eine idee ich denke wenn wir das durchziehen wollen brauchen wir die hilfe von elma aber vorher brauchen wir das kai modul einer drohne das elma für uns umprogrammieren kann wenn du mir dabei helfen willst bekommst du natürlich auch was von mir wie wärs mit zehn prozent meines lohns ich muss schließlich nicht mehr selber arbeiten danach ich werde ein kai modul für dich finden ich habe nicht weit von hier eine drohne gesehen sie sah aus als hätte sie jemand dort zurückgelassen hat vermutlich keine befehle mehr oder ist kaputt auf jeden fall hat sie sich nicht bewegt ich gebe dir die koordinaten geht zu ihr und bring ihr kai modul her dann sehen wir weiter ist die drohne so weit weg dass du mir die koordinaten geben muss also eigentlich nicht ich kann dir den weg auch beschreiben wenn du willst siehst du den leuchtturm da hinten wenn du von hier aus geradeaus auf ihn zu gehst stößt du schnell auf eine felswand wenn du davor stehst und dich nach rechts drehst müsstest du in einen canyon schauen in diesem canyon habe ich die drohne gesehen was hat deine aufgabe hier mit dem konverter zu tun wenn die alps angreifen dann mit sicherheit von dort wo sie ihren konverter stehen haben immerhin wollen sie doch einen schönen kurzen weg wenn sie die unsere männer verschleppen um ihnen im konverter das elex auszusaugen deswegen ist das tor drüben so gut gesichert durch das tor hier kommt nie jemand fast schon sinnlos es zu bewachen wie gesagt eigentlich die aufgabe eines roboters was gibt es hier im vor zu sehen das vor ist in vier bezirke unterteilt es gibt das vergnügungsviertel das wird von chloe geleitet das schrottviertel wird von matt bob überwacht geht ihm besser aus dem weg der spinnt irgendwie das kämpferviertel gehört zu blake oder was big jim bin mir nicht mehr sicher und zuletzt das händlerviertel das geleitet wird von habe ich auch vergessen die bosse hier wechseln teilweise schneller als ich meine unterhose die einzige konstante ist der duk der steht über allem ok ah da ist der leuchtturm aber das wollen wir jetzt ja gar nicht dann schauen wir mal weiter ja ich saß gestern nacht drei stunden auf der schüssel wieso das denn hab zu viel von der pampe in mich reingestopft die chloe ausgibt verdammt ich habe auch davon gegessen tja dann mach dich mal bereit die keramik zu sprengen ich vertrete mir besser mal die beine mhm so das vieh gestern hätte mir fast den arsch aufgerissen orten wie es einen guten freund verdienen als einen guten witz gewinnen die sache stinkt doch das glück ist mit den dummen ich mache mich ein bisschen nervös mit stiefel riechen vielleicht mhm passt das nächste mal etwas besser auf klar nee ist klar wenn hier noch jemand rausspaziert ohne zu bezahlen deine gelegenheit darf man nicht ziehen lassen dann ziehe ich dir das von deinem lohn ab ich hab die scheiße so satt ach chloe was kann ich gegen dich tun das gibt es ein problem kein problem wenn du etwas kaufen willst komm zu mir bei allem anderen sprich mit chloe was habt ihr anzubieten alles was deine sinne benebelt alkohol stimms nur kein elex der trip von dem zeug ist echt scheiße zeig mal was du anzubieten hast kein problem na nun was ist denn hier los passt wie nix du musst nicht alles glauben was man so rum erzählt so chloe